Schönen guten Tag, mein Name ist Tammo Behrendt. Ich bin Geschäftsführer der Behrendt Recycling GmbH in Neumünster. Unsere Firma, die befestigt sich hauptsächlich mit dem Recycling von Elektronikschrott, ist dort einer der Pioniere in Deutschland gewesen. Wir haben aktuell vier Radlader, drei Bagger und acht Lastwagen im Einsatz, die sich hauptsächlich hier ums Recyceln von E-Schrott, aber auch von Papier, Pappe, Müll, Folie, solchen Sachen kümmern. Für mich ist wichtig bei der Reifenauswahl, dass der Reifen natürlich nicht kaputt geht, weil gerade bei uns im Recycling-Einsatz sind ganz viele Nägel überall zu finden oder auch Sachen, die halt nicht magnetisch sind und trotzdem ganz hart. Aktuell verwende ich, das ist der erste Vollgummireifen, den ich gekauft habe, das ist der Camso MPT 793S, dass er von der Gummimischung sowieso härter ist als ein schäumter normaler Reifen. Hinzu kommt natürlich der große Vorteil, dass wir nicht ständig Reifen wechseln müssen. An dem Reifen finde ich besonders gut, dass er aufgrund dieser Löcher einen gewissen Federungskomfort dem Fahrer bietet, was gerade auf so Recyclinghöfen, die ja doch sehr hubbelig sind, weil überall Beton auf dem Boden ist, sehr wichtig ist. Hinzu kommt natürlich, dass der Reifen eine höhere Standzeit haben soll. Ich hoffe es ganz toll, ich bin mir aber auch sicher, weil bis jetzt sieht man dort kaum Abnutzungsspuren und wir haben ihn jetzt auch schon knapp ein halbes Jahr im Einsatz und sind durchaus sehr zufrieden damit.